Jo moin, heute Clash Royale-Video gibt es mal einen Icebo-Guide, beziehungsweise ich habe Icebo gespielt in Top-Leader. Ich bin jetzt gerade Platz 6 der Welt mit Icebo und ihr wisst, X-Bunk ist nicht eins meiner besten Decks, aber ich habe es ja auch immer schon wieder gesagt, ich bin dabei viele Decks zu lernen, ich versuche mich stetig zu verbessern im Game und heute gibt es mal an Icebo-Guide meine Tipps, die ich mitgenommen habe und ich gebe euch die besten Tipps und zeige euch Spiele gegen die besten Spieler der Welt. Wenn ihr keine weiteren Clash Royale-Videos auf die Karte verpasst und Guides zu irgendwelchen einzelnen Decks sehen wollt, teilt das Video sehr gerne mit Freunden, wenn ich sehe, dass es sehr, sehr gut ankommt, dann mache ich sowas öfters, teilt es gerne mit neuen Freunden, sagt Bescheid, schreibt in den Kommentaren, welches Decks jetzt sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen, jeden Tag, 14 Uhr neulichs, der Schral-Video, seid heute Abend, wo ihr auch einen Livestream dabei, da gibt es wieder nice Content und denkt auch gerne an Quellekot im Ordnung. Ich würde sagen, wir starten direkt ins erste Game, let's go, Rainer. So Leute, wir sind im ersten Game, was ich euch zeigen will und das ist halt so ein Game, wo man wirklich gut sieht, warum Icebo wirklich wieder back in der Mitte ist, weil es wirklich sehr, sehr viele defensive Decks mittlerweile wieder gibt und die Rocket wirklich wieder extrem wichtig wird. Es gibt viel Electro-Gine, viel Golem und deswegen ist dieses Icebo-Deck wirklich unfassbar viel stark, unfassbar krass stark. Viele fragen mich mal, warum soll ich Icebo spielen oder warum soll ich 3.0 spielen? Ich bin immer der Meinung, allgemein eher 3.0, weil es halt Free-to-Play freundlicher ist, aber ich finde gerade zur Zeit Icebo ein bisschen besser in der Mitte, weil ihr die Option habt, in schwierigen Match-Ups Rocket zu zeigen. Ihr könnt hier sehen, er hat Log, Ritter, Giant Skeleton, Magier, Skami. Also er hat wirklich viele gute Antworten in der Defensive und ihr werdet ganz genau sehen, das ist so ein Match-Up, wo ihr den räudigen Weg gehen müsst. Da bin ich ehrlich, da gibt es nicht so eine Schön-Spielerei. Da müsst ihr wirklich einfach mal euren Kollegen auf den Tür schauen und müsst sagen, okay, da wollen wir jetzt nicht wirklich irgendwie schön spielen, weil ihr werdet kein Expo-Connection bekommen. Ihr werdet in diesem Match-Up keine Expo-Connection bekommen und ich glaube, ich spiele in dem Match-Up ein offensiven Expo, weil ich einen Elixier-Vorsprung hatte und sonst spiele ich wirklich keinen. So, Hawk kann man ja flawless an den Kings-Team mit Tornado, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hilft gegen seinen Deck. By the way, wir spielen hier gegen einen Octopus, ihr kennt ihn glaube ich mittlerweile. Und ich glaube, ich spiele jetzt hier erstmal wieder meinen Tesla und ihr wollt es wirklich sehr, sehr defensiv spielen. Ich bringe keinen aggressiven Arket in Single-Ex-Time, ich spiele keinen offensiven Expo, ich spiele erstmal defensiv. Und was, warum spiele ich defensiv? Ich möchte, dass mein Gegner Elixier committet, weil dann habe ich die Möglichkeit, ihn zu punishen, entweder mit einer Rakete oder mit einem Expo. Das heißt erstmal, ähm, muss man ja nur so rausfinden, was der Gegner hier spielt, wie er das spielt und was natürlich für einen Play-Start. So, ich gehe jetzt in meinen offensiven Expo rein, ganz genau, wie ich es gerade gesagt habe, weil ich halt einen Elixier-Vorsprung habe und weil ich noch einen Tesla auf dem Feld habe. Also, wenn ihr noch so einen Tesla mit 50% Leben auf dem Feld habt, könnt ihr eigentlich immer ohne Probleme, in den meisten Matchups zumindest mit einem offensiven Ex-Bogen reingehen. So, wir bringen jetzt den Tornado. Tornado ein bisschen gefailt, kleiner Fehler von mir, könnt ihr flawless machen. Ihr seht hier aber schon mal, ich muss langsam ein bisschen aufpassen mit dem King Tower, weil mein King Tower hat mittlerweile genauso viel AP wie mein linker Arena Tower fast. Und ihr werdet noch sehen, das wird sich noch krass entwickeln, da das Game. So, ich spiele jetzt den Lock, er spielt auch einen Lock, alles gechillt. Und ich würde sagen, jetzt gibt es die Skeletons. Ich spiele jetzt hier den Ice Wizard und ich muss jetzt auf mich aufpassen. Ich spiele jetzt den Raketen, es war relativ klar, dass er noch eine Sekunde warten würde mit dem Hawk Rider und jetzt geht es wieder um einen King-Ziener. Aber ich wusste auch langsam, okay, Morten, langsam muss ich ein bisschen aufpassen mit der King Tower Activation, weil Turm ist auf 3-1 und wenn ihr jetzt doch gleich den Hawkeye und King Tower habt, das Problem hat, ihr seht, ich habe bisher keinen Damage-Kassel bekommen, aber es ist okay. In Triple X-Zeit ist wirklich die Time to Shine vereistbar. In Triple X-Zeit habe ich wirklich das Gefühl, in den meisten Matchups, dass ich es gewinne, durch Rocket Cycle. So viel Elixier, so eine starke Diefen mit Ice Wizard, da braucht man manchmal 6 Elixier gar nicht. So, Rakete auf den Turm gecycelt. Es geht jetzt langsam in die Overtime und ich wusste, okay, ich nehme die Raketen-Value mit, auch wenn es nur ein Giant Skeleton ist, besser als gar nichts. So, guter Ritter und jetzt muss ich aufpassen. Ihr seht, jetzt ziehe ich noch einmal den King und jetzt denke ich mir halt so, holy moly, das Giant Skeleton ist direkt den linken Turm und mein Turm ist auf 2000 AP und natürlich muss ich jetzt den linken Turm unter 2000 AP cyclen. So, ich sage jetzt erstmal einen Lock, aber ganz, ganz wichtig ist, ich sehe viele nicht zu erfahrene Icewurst-Spieler, ich gehöre da jetzt auch nicht zu, wo ich jetzt sage, boah, ich bin der Mr. Beste Icewurst-Spieler, aber ich sehe viele Leute zu aggressiv und krass paniken. Ich habe jetzt 900 Damage Rückstand. Geht, spannend bleiben, entspannt bleiben, jetzt sind noch immer noch 1 Minute 30 left. Das heißt, kein Grund zum Paniken. So, was ich jetzt hier machen werde, das muss ich so spielen, jetzt gibt es hier einen Lock. Das Lock war sogar im Allgemeinen mega unnötig, weil mein King Tower viel mehr Leben hat, weniger Leben hat, das habe ich gar nicht gecheckt. Jetzt gehen wir hier mit einer Rakete rein auf den normalen Magier, natürlich zum Chippen, macht relativ viel Sinn und jetzt gibt es hier gleich, vor allem bei der Rechthurm auch ein bisschen dauernd gechippt wurde vom Icewurst-Spieler. Jetzt gibt es hier ein Ding, jetzt gibt es hier gleich einen Lock, glaube ich. Ja, einfach einen Lock gezeigt. Er wirkt jetzt hier einen Feuerball rüber, aber das kann er nicht machen. Feuerball-Syker funktioniert, deswegen werfe ich direkt eine Rakete rüber und jetzt sind wir genau eben vom Damage. Ihr habt es gesehen, so schnell geht das, so schnell geht das mit Raketen-Lock-Syker und am Ende kann ich ja noch sogar noch einen Tornado zum Chippen benutzen und eine Rakete braucht genau 4 Sekunden, glaube ich. Jetzt gibt es hier ein Dings, jetzt gibt es hier ein Dings und jetzt muss ich eigentlich loggen, mache ich eigentlich nur, damit der Icewurst, äh, der Icewurst-Spieler. Immer der Icewurst, es ist halt einfach der normale Wurst stirbt. So, jetzt bin ich jetzt Skeletons, er bringt direkt Giant Skeleton, Hawk Rider gleich an die Brücke. Ich bringe jetzt hier einen sehr, sehr komischen Tesla. Ich dachte jetzt schon, okay, jetzt habe ich verloren. Ich wollte den Tesla so spielen, dass er den Icewurst wegsnipe. Jetzt muss ich noch eine Defensive Rocket committen, was natürlich nicht optimal ist. Jetzt muss ich noch einen Tornado committen. Jetzt muss ich noch einen Hai-Ritter committen. Aber ihr seht, ich zeige ganz schnell zurück. Lock auf der rechten Seite. Rakete braucht 4 Sekunden und ich spiele sie genau bei 4. 3, 2, 1. GG's. Well played an den Octobus. Er lacht hier auch, weil er sich so denkt, holy moly, was war das? Ich konnte nichts tun. Warum spielst du Icewurst-Bow-Morton? Was geht ab? So, nächstes Game und ein wirklich ein sehr, sehr schwieriges, hartes Hard-Counter-Match. Ich muss wirklich sagen, da gebe ich mir auf jeden Fall einen krassen Match-Up-Advantage. Ja, das Zeke habe ich auch gestern gespielt, glaube ich, ein bisschen in den Nennern und habe das Match aber relativ problematisch, unproblematisch gewonnen gegen Icewurst. So, ich habe, es war relativ, ich glaube am Ende ja, aber ich habe auch viele Fehler gemacht. So. Und er hat halt die Chance EQ-Cycle. Warum ist EQ-Cycle so gut gegen mich? Natürlich auf den X-Bow, aber EQ, zwei EQs, die machen einfach so viel Damage. Die machen auch einfach mehr Damage als Rakete. Und das ist halt einfach crazy. Das heißt, für 6 Exil kriegt er mehr Damage und gleichzeitig hat er die Möglichkeit, mit offensiven Mordern zu pressuren. Was mache ich gegen offensiven Mordern? Eis-Mager, Ritter, nicht so geil. Tesla, EQ-Value. Das ist so das Problem. Das heißt, auf jeden Fall, keine einfaches Match-Up, keine einfache Situation im Hause Mordner. Das heißt, wir müssen das Zorwefa kontrolliert spielen und gut wissen, was wir tun. So. Ich entscheide jetzt hier, welche Karte soll ich spielen? Habe erstmal Skellis nach hinten durchgezeigt und ich werfe direkt eine Rakete auf seinen Fallquicker. Minus drei Elixier. Ich habe vorhin gesagt, in Single-Lix-Time werfe ich nicht so gerne Raketen, außer ich weiß, ich spiele gegen einen Hard-Count, das ist meine einzige Chance zu gewinnen. Fallquicker, so nervig. Oftmals mache ich es mit Icewurst. Jetzt wird er, glaube ich, Tornadoen, oder? Ich wusste, er will Tornadoen, deswegen kam direkt der Icewurst da rein. Sehr, sehr soliden Job von mir, den wir hier gemacht haben. Ich weiß, er wird jetzt gleich noch loggen. Das heißt, ich werde jetzt noch einen Tesla committen müssen, aber alles gechillt so. Alles gechillt, wir haben einen kleinen Damage-Advent, aber es wird am Ende noch close, weil ich ganz klar weiß, wenn er irgendwann Mortal-Connect bekommt, vielleicht einen gekauften Firecracker-Hit, wenn ich ihn mal einen Ritter spiele und er gleich hinter Mord auf dem Feld ist, wird das wirklich sehr, sehr böse und er kann dann noch sein Tornado durchcyclen, Log, EQ, so ein günstiger Cycle. Nicht gut. So, jetzt mache ich einen smarten Move. Ich spiele jetzt die gleiche Skellies an die Brücke und jetzt die Rakete rein. Sehr, sehr nice Skellies von mir. Oh mein Gott, stark gespielt. Und ich bin hier gerade, dachte mir gerade so, nach dem Game so, wow, 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 willkommen hier gerade in den Confidence-Bonus. Ey, ich habe hier gerade hier ein bisschen geboostet. Ich bin doch kein schlechter Icewurst-Spieler, aber jetzt hier mit Log rein, spielen hier jetzt so, jetzt gibt es jetzt mal seinen nervigen Firecracker, jetzt gibt es jetzt mal einen Ritter, Firecracker retargeted und ich würde sagen, ich glaube, er cycelt jetzt einen EQ auf meinen rechten Turm durch. Jo, macht er. Das heißt, ich werde jetzt gelbens und direkt eine Rakete drauf. So, ich muss es punishen. Wenn ich jetzt nicht keine Rakete aus dem Turm werfe, ich werde nie durchkommen mit einem offensiven X-Bomb, weil er einfach zurückcyceln wird und gleichzeitig gebe ich einen EQ-Value auf den rechten Turm. Das heißt, Rocket Cycle ist the way to go. So, starker Tesla von mir. Muss ich mich auch mal selbst loben. So, jetzt probiere ich, glaube ich, nochmal einen offensiven X-Bomb zu bringen. Einmal nur zum Punishen so. Ähm. Jetzt gibt es hier nochmal einen Ritter aggressiv an die Bridge und jetzt gibt es, glaube ich, einfach eine Rakete auf seinen Turm. Ja, Rakete kommt, er bringt seine EQ ein bisschen ungefähr eben nach der Situation. Jetzt gibt es hier nochmal einen aggressiven Dings. Das heißt, ich bringe jetzt hier meinen Kollegen rein. Er hätte es Nado'n können, aber entscheidet sich nicht zu Nado'n. Deswegen ist, ich bringe jetzt hier einen Lock, sehr, sehr schöne Lock-Value. Also, jedes Lock zählt, jeder Chip-Damage ist wichtig für mich. Zuletzt, dass er jetzt EQ'n kann. Und jetzt wusste ich, okay, jetzt wird es richtig widerlich. Jetzt wird es richtig widerlich. Ähm. Weil ihr seht hier schon, wir haben hier nicht wirklich ein Sais-Saito. Natürlich Nado jetzt lieber anstatt des Skeletons, weil ich da eine weitere Bodenkarte im Cycle habe und gleichzeitig die Möglichkeit habe, seinen, ähm... Ich taue auch noch ein bisschen da, zu chippen, weil I-Susat, ich meine, weil Nado jetzt auch ein bisschen Damage macht. So, stark. Kombination von ihm, wir loggen wieder, es ist so eng, es ist so unfassbar eng hier, jetzt gibt es hier glaube ich ein Tornado von mir, damit der Firecracker kein Hit bekommt, jetzt zeigen wir hier zurück zum Log, Log kommt drauf, er wirft das jetzt, und ich weiß, okay, zwei Raketen plus ein bisschen Chip, zwei Raketen plus ein bisschen Chip, er muss jetzt noch Skellis committen, ich werfe direkt die Rakete rüber, Eiswesert kommt rein, wir werden jetzt hier Skeletons bringen, Skeletons werden perfekt platziert, kein einziger Chip, den wir bekommen, jetzt kommt hier glaube ich ein, Ritter rein, sehr sehr schöner Ritter, Eiswesert kommt, wir loggen das, hat er das Log da gemisst, hat er das Log da gerade gemisst, hat ihm das das Gaming kostet, ich weiß gar nicht mehr, wie geht es hier mit Log rein, ich weiß, Nado plus Log reich, beziehungsweise nur Log reich, jetzt geben wir den Log, ich glaube durch das Log hat er verloren, ich kann es nicht fassen, okay, das habe ich gar nicht gesehen in dem Game, wo ich das spiele, aber ihr habt hier gesehen, es war ein Space Cycle Game, es war extrem knapp, und wir haben wirklich perfekte Defense gegen seinen Mordor gespielt, natürlich das Rocket Cycle Game ist nicht wirklich Skill, aber sein EQ Cycle Game ist auch kein Skill, aber wirklich wie wir immer konstant den Mordor verteidigt haben, auch mit unterschiedlichen Defensiven, war wirklich sehr sehr stark, und das war wirklich ein schönes Game, Let's go Jungs, ich würde sagen, wir machen noch ein weiteres Game, was ich euch jetzt zeigen werde, gegen Graveyard, was auf jeden Fall ein sehr sehr lustiges Game war, aber das sind eigentlich so die Metadex, die ihr face, natürlich gegen Golem ist es nicht unbedingt einfach, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass Icebow zu den besten Dex der Meta gehört, versteht mich nicht falsch, Icebow ist nicht unbedingt stark in der Meta, aber es gibt Matchups, die ihr gewinnt könnt, dieses Deck hat viel Potenzial, und allgemein hilft es euch besser zu werden, mit jedem X-Bogantype, weil X-Bogant eigentlich immer spielbar ist, das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf 5.000, 6.000 so viel seid, ist X-Bogant immer spielbar, schafft ihr es dann mit einem Top 1 Finish, sehr sehr schwierig, aber es ist ein konstant ist, um Pokés zu pushen, und es wird eigentlich sehr sehr selten genervt, und ich würde sagen, ein weiteres Game, bis gleich. So, das ist ein relativ einfaches Matchup, da werde ich auch durch 2 durchskippen, ich habe das Matchup nicht wirklich gut gespielt, ich habe glaube ich 1-2 Sachen, die ich ansprechen wollte, wo es sich gut analysieren kann, ähm, so, wie spiel es jetzt? Geld ich, ich wusste auch direkt, ob ich Splash jetzt spielen, ich kannte den Typen, glaube ich, oder beziehungsweise, ich wusste nach dem EOS hier, ähm, so, wir gehen jetzt hier rein, mit einem Tesla, werden jetzt hier einfach locken, und Problem mit dem Matchup ist eigentlich nur der Infernung, der kann ein bisschen problematisch werden, mit so einem Inferno und Graveyard Push, oder Bowler Tornado, ihr werdet sehen, er macht sehr, also der Typ ist einer der besten Graveyard Spieler der Welt, er weiß ganz genau, was er macht, vor allem, er kriegt sehr sehr gute Tornado Usage immer, ähm, er benutzt immer einen Tornado Bowler, so, dass er immer den Turm angreift, so, jetzt war ich ein Smart Move, ich gehe nicht mit X-Bogant rein, weil ich ganz klar wusste, er würde Bowler Value bekommen, das heißt, ich zeige jetzt einfach hier einen Log, und jetzt, 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 jetzt kommt ein ganz ganz wichtiger Fact, wenn ihr gegen dieses Decks spielt, oder wenn ihr allgemein gegen Elektromagier Decks spielt, gegen Elektromagier Decks, gegen Graveyard, ihr habt nicht so gute Anformen, wie mit 2.9 oder 3.0, ihr habt keine Art Abschluss, das heißt, King-Turkivation hilft immer sehr, sehr viel, und ich wusste, okay, ich gehe jetzt links mit dem X-Bogen rein, damit er keine Chance hat, das heißt, er muss ja den X-Bogen defend, und er hat ja keine 3.000 Elixier, das heißt, er muss den X-Bogen defend, und damit kann er den E-Wiz nicht beschützen, das heißt, ich kriege eine easy King-Turkivation, ich werde jetzt ganz genau so sehen, er entscheidet sich für die andere Option, droppt eine Valkyo davor, hat kein Elixier für Bowler, und, alles Gegeben, seitens hätte ich sogar einen Ferndring lieber gedroppt, das heißt, ich werde jetzt einfach einen Ritter droppen, und Skellis dahinter, und es gibt jetzt hier einfach ganz gechillt, einen Tesla, alles gechillt, easy Defense, und wir haben so einen fetten Damage-Leap, aber ihr wisstet, ihr kennt Morten, wenn ihr Morten kennt, dann wisst ihr, das wird nochmal knapp, so, ich werde jetzt nochmal sagen, ich werde jetzt auch einen defensiven X-Bogen bringen, der auf jeden Fall nicht schlecht ist, ähm, jetzt gebe ich hier so rein, ich würde, jetzt hätte ich zum Beispiel eine Rakete auf den linken Turm easy werfen können, ohne Witz, ich glaube, eine Rakete wäre sogar besser gewesen, als jetzt so ein High-Tester zu jobben, weil, dadurch musste ich jetzt elixiert, deswegen ist es elixiert, ich lieber eine Rakete investiert, hätte minus 6 elixiert gemacht, weil dann hätte ich warten können mit meinen Truppen, so musste ich Truppen spielen, um elixiert nicht zu liegen, wenn ihr versteht, was ich meine, ähm, ich hätte auf jeden Fall eine Rakete jetzt links werfen, jetzt spiele ich einen richtig schlechten Eiswizard, der X-Bogen Offensive war auch komplett failen, also egal, ein nicht gutes Gameplay im Hause Royal, das war jetzt extrem schlecht gespielt, das war komplett unnötig aggressiv gespielt, hätte ich nicht machen müssen, so, jetzt gibt es hier gleich einen Rocket, Tornado Rocket, hätte ja Rechtsgefüße, hätte ich wahrscheinlich verloren gefühlt, okay, jetzt gibt es, glaube ich, die nächste DFC im X-Bogen, alles noch gechillt, aber es wird langsam, wo ich so denke, ah, das Game kann noch langsam mal vorbei sein, jetzt gibt es hier wieder einen Tesla rein, und jetzt denke ich mir halt so, jetzt seht ihr hier gleich die Tornado Rocket kommen jetzt, ich dachte vielleicht, dass es reicht, hat jetzt im Endeffekt nicht gereicht, aber war jetzt auch nicht der größte Unterschied, ähm, um ehrlich zu sein, jetzt gibt es hier sowas, ähm, jetzt gibt es, ja, jetzt war es wieder ein bisschen eng und ihr werdet sehen, es wird nicht so neu, ist der offensichtlich, aber auch nicht so geil, also ich mach Fehler, ich mach Fehler, wo ich mir denke, Hilfe, 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 die macht ein guter Eisbusspieler nicht, ähm, jetzt gibt es hier Tornado Rocket war auch wirklich nicht gut und es wird jetzt extrem knapp, so, hier, Heidings rein, jetzt wird er hier gleich einen Dings spielen, Tesla kommt rein, Nado kommt rein, Log kommt, glaube ich, mal rein zum Chippen, Eiswizard, Dings, Tester machen guten Job, jetzt wählt ihr was sehen, jetzt, jetzt hört es sich, das ist extrem knapp, aber ich weiß, okay, rakierte reicht, rakierte reicht, jetzt werdet ihr sehen, oh mein Gott, ich habe die Rocket gemisst, ich hab die Rocket noch mal gemisst, auf jeden Fall ein Matcher, was extrem easy ist, 100-0 gefühlt für mich, aber wo ich halt kleine Fehler gemacht habe, die das Gehen noch mal knapp gemacht haben, also gegen Grey Wert habt ihr eigentlich meistens okayes Matcher, vor allem, wenn der Gegner keinen, ähm, Poison hat, ähm, King-Kack-Gevasion ist key, das ist euer Goal, hoffentlich hat euch das Video gefallen hier, ähm, wenn ihr keine weiteren Clash schreiben, wie ich es auf jeden Fall verpassen wollt, das sehr gerne, doch noch oben das sehr gerne, ein Abo oder ich würde sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.